Hallo und herzlich willkommen beim Le Club Parcours Rottet. Heute übernachte ich im Hotel Novo Hotel Century Hong Kong, übrigens ein Vier-Sterne-City-Hotel. Als Platino-Member im Bonusprogramm von Le Club Parcours Hotels werde ich bei jeder Hotelübernachtung mit exklusiven Leistungen und besonderen Aufmerksamkeiten belohnt. Ich werde also überprüfen, ob ich als Platino-Member von den zehn exklusiven Privilegien profitieren werde. Das Hotel kann übrigens zehn Punkte erreichen und mehr, wenn es besonderen Service bietet. Übrigens, es gibt ja vier Mitgliedsgarten. Die Klassik, die Silver, die Gold und die Platino. Erfahren wir mehr über das Hotel Novo Hotel Century Hong Kong und steigen wir ein in ein exklusives Hotel-Erlebnis. Das war's! She's always there to catch me when I'm falling She's always there to keep me safe and warm She's always there to hear my calling She's always there standing up for me She's the rock that lights my fire She's the rock that set me down She's the rock of my heart's desire She's the rock I can't put down So I'm saying, she's like the rock of my life Oh come on, rock me, rock me to bed She's like the rock of my life Oh babe, rock me to bed She's like the rock, she's the rock She can rock me to bed She's like the rock, oh Rock of my life Just rock me to bed She's my rock, she's my rock My rock She's my rock You see, I love that baby Love you baby Cause you're my rock You're my rock baby Baby She's always there to make my life easy Kommen wir zur Punktevergabe 5 oder 10% Rabatt auf den Hotelpreis als Member One Point Online Check-in One Point Kostenfreier Internetzugang One Point VIP Check-in An der Rezeption oder ein Priority Check-in in der Lounge One Point Welcome Drink One Point Late Check-out auf Anfrage We One Point Early Check-in auf Anfrage One Point VIP Treatment und ein persönlicher Kartengruß vom Hotelmanagement One Point Zimmer Upgrade One Point Kostenloser Zugang zur Lounge One Point Kommen wir zu den Extrapunkten für besonderen Service Kostenloses Frühstück One Point Kostenloses iSpeed Internet One Point 30% Rabatt im Hotel-Restaurant One Point Zwei Stunden kostenloser Meeting Room One Point Das Ergebnis Das Hotel Novo Hotel Century Hong Kong hat 14 Punkte erreicht Ich stelle fest in diesem Novo Hotel Century Hong Kong wird man als Platino-Member mit Privilegien verwöhnt Und wir sind schon am Schluss des Platino-Member-Tests angekommen Du hattest Spaß? Na, dann gibst du mir ein Like Du willst mehr Videos sehen? Kein Problem Abonniere den Kanal und schau dir die Top 10 Le Club Accord Hoteliste an Du hattest Spaß? Ich hatte Spaß? Na, dann sehen wir uns wieder bei deinem Le Club Accord Hotel-Tester L'Esprit Au revoir! Auf Wiedersehen! Ich brauche dich mehr als ich kann sagen Baby, I need you more than I can say